Diese Riegel wirbt vor allem für das Low, Lower Carb, Low Sugar und dann auch noch in Karamell-Erdnuss-Geschmack. Von außen sieht er wirklich aus wie ein ganz normaler Schokoriegel und er riecht schon so intensiv nach Erdnüssen. Nach dem Aufschneiden ist der Erdnussgeruch sogar noch intensiver. Man kann hier oben schon die Erdnüsse sehen unter der Schokoladenschicht, dann etwas Karamell und dann die Proteinmasse. Super lecker, Leute. Der Riegel schmeckt wirklich wie ein Snickers. Echter Wahnsinn. Ich hätte mir nicht gedacht, dass so ein Riegel so extrem gut schmecken kann, vor allem weil hier ja mit Low Carb und Low Sugar gepriesen wird. Das Geniale an diesem Riegel ist, dass er überhaupt nicht so extrem süß ist wie original normale Schokoriegel. Dieser hier ist sowas von gut. Von der Konsistenz her auch optimal. Also Leute, wenn ihr den noch nicht probiert habt, es gibt eine hundertprozentige Empfehlung. Der ist sowas von lecker. Ein super Schokoriegelersatz. Ihr könnt mir gern wie immer euer eigenes Geschmackserlebnis mit diesem Riegel in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.